Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ich brauch nämlich auch einen frischen. Mir fehlen 10k. Ah, Digga, ich stoß den Bastard ab. Ist das respektlos? Ich hab 1k. Neeeein! Digga, hat er mich gef... Was ist der günstigste auf dem Markt? Da er einfach kurz 500k in einer Minute minus gemacht. Bitte kauf den einer direkt. Digga, hättest du mir das gesagt, hätte ich den einfach behalten. Es gibt ja gar keinen frischen... Was ist das denn? Hallo? Ja, komm. Komm, behalt dein Vinicius. Verpiss dich, behalt dein Vinicius. Ja, 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 nee, geil. 600.000 Münzen angezündet. Ich habe 537.000 Münzen gerade angezündet. Cool. Nee, ist geil, Alter. Vinicius Junior, du bist der Beste. Nee, ist super. Ja, genau. Musik. Wang guck-